Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um das Thema Corona-Gewinner. Was ist denn aus den Unternehmen geworden, die in Corona-Zeiten extreme Gewinne erwirtschaftet haben und deren Aktienkurs durch die Decke ging? Ich habe mir neulich einfach mal eine Seite gesucht, wo man ein bisschen so einen Überblick dazu findet. Ich finde das ganz spannend und ich werde ganz speziell nochmal auf Fahrräder ein bisschen eingehen. Wen das interessiert, bleibt einfach dran, würde mich freuen. Und vergesst nicht, abonnieren und einen Daumen nach oben. Warum? Zunächst wie immer der Risikoinweis. Alles, was ich hier wieder aufzeige und kundtue, ist meine eigene persönliche und private Meinung. Jeder kann natürlich mit den Informationen machen, was er möchte. Es ist keine Anlageberatung, Investmentempfehlung und ich übernehme natürlich keine Haftung und kein Risiko. Schauen wir also gleich mal im Browser rein, denn es wird heute ein relativ kurzes Video. Auf finanzen.net ist es ganz interessant. Da gibt es eine wunderbare Übersicht über Corona-Aktien, wie sich die so entwickelt haben. Und ich möchte jetzt einfach mal kurz mit euch durchgehen. Und ja, das sind die Gewinner oder die Verlierer, je nachdem, wie man ihnen das bezeichnen will. Wir schauen uns jetzt einfach mal die letzten fünf Jahre an. Und das war Deliver Hero. Und das sieht man wunderbar. Die Aktie ist während Corona durch die Decke geschossen. Ich kann es nicht anders sagen. Und hat natürlich jetzt einen krassen Abfall wiederbekommen. Jetzt müssen wir mal die Aktie ein bisschen näher anschauen. Angeblich steht es da gar nicht mal so gut. Sony natürlich auch ein großer Gewinner damals gewesen. Einfach, weil die Leute zu Hause geblieben sind, haben Playstation gezockt und hat natürlich auch extrem von Corona durch seine Unterhaltungsmedien gewonnen. Und die halten sich eigentlich ganz wacker. Aber gut, das Unternehmen, die Branche, die war vorher schon gut, die ist ein Aufwärtsmarkt und da hat sie nicht viel getan. Genauso Nintendo ist natürlich ein ähnliches Segment und deswegen auch hier natürlich kein wirklicher Unterschied, beziehungsweise die Aktie hält sich sehr gut. Amazon ist ganz klar größter Versandunternehmer der Welt. Der hat natürlich durch Corona auch noch mal extrem profitiert, auch vom Aktienkurs her. Hat da natürlich auch danach, wie alle anderen, eben deutlich Federn gelassen. Aber ist mittlerweile auch wieder schon fast auf seinem Ausgangsniveau. Ist immerhin Marktführer. Und ja, Apple, ob die jetzt unbedingt groß durch Corona profitiert haben, ist jetzt so eine Geschichte. Aber die sind hier auf der Seite einfach aufgeführt. Walt Disney hat natürlich damals im Heimkinosektor auch profitiert. Ist natürlich auch erst einmal abgestraft worden, weil die Kinofilme nicht mehr gelaufen sind. Und dann durch den Heimkinosektor wieder gestiegen und nun in einer ganz schweren Phase. Und das Unternehmen steht gar nicht so gut. Millionen Verluste eben. Und ja, da wird es ohnehin spannend, was aus der Aktie wird. Hält sich also eher weniger stark. Meta-Plattforms. Selbe ist letztendlich Facebook. Viel interessanter finde ich dann so einen Wert, zum Beispiel mit Netflix. Die haben wir damals durch Corona, denke ich, deutlich eben profitiert. Eben weil die Leute daheim waren, die wollten irgendwas machen, also haben sie Filme geguckt. Da kam natürlich danach auch die krasse Abstrafung, wie Corona dann abgeflacht ist. Und die haben bis heute nicht mehr das Ausgangsniveau erreicht, aber die haben vorher eigentlich schon Probleme gehabt. Corona hat das Ganze ein bisschen kaschiert und finde ich ganz interessant. Dann natürlich die Arbeitsaktien. Das sind für mich eigentlich so die spannendsten Werte, weil zum Beispiel so ein TeamViewer, den man eben genutzt hat, um sich zu unterhalten. Wie haben sich die entwickelt? Die gingen natürlich durch die Decke und sind jetzt nahezu komplett zusammengebrochen. Auch wenn da immer noch Marktführerschaften und so vorhanden sind, zum Teil bei den Aktien. Microsoft natürlich meiner Meinung nach unabhängig von Corona. Corona, die sind einfach hier aufgeführt. Zoom natürlich ganz, ganz wichtig. Das war damals auch ein ganz wichtiges Tool, das oft genutzt wurde. Und auch da kompletter Durchschuss nach oben, wenn man so will. Und dann der komplette Kollaps nach unten. Die haben sich auch nie wieder richtig erholt. Digital Payment, ja das ist jetzt die Frage, war das nur durch Corona getrieben oder grundsätzlich eben eigentlich der Weg zur digitalen Zahlung? Paypal wird aktuell extrem abgestraft. Das hat aber auch andere Gründe meiner Meinung nach. Das ist jetzt nicht nur Corona geschuldet, sondern die Aktie finde ich zumindest charttechnisch im Moment hochspannend übrigens. Da könnte man mal einen Long-Einstieg vielleicht suchen, wenn man da ein schönes Muster findet. Charttechnisch ist jedenfalls toll. Fundamental ist so eine andere Geschichte. Manche würden die gar nicht mehr anlangen. Genauso dann, ja das sind natürlich die großen Versorger, sage ich jetzt ja da mal, mit Nestle, Einzelhandel eben. Ja, ob das jetzt unbedingt Corona-Profiteure waren, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall finde ich die Seite ganz interessant. Und natürlich auch, wie sich sowas zum Beispiel wie bei einer Lufthansa entwickelt hat. Auch das muss man natürlich mal anschauen. Die sind eben abgestraft worden in Corona. Da hat es eben genau umgekehrt funktioniert. Und die haben sich irgendwie da ganz gut mittlerweile berappelt und erholt. Und ja, das ist eben dann die umgekehrte Sache. Okay, Lufthansa ohnehin hat es die letzten Jahre immer wieder schwer gehabt, aber die haben so ein wunderschönes langfristiges Muster. Da kann man einfach immer wieder mal fast blind die Aktie kaufen, wenn das Muster eben wieder bestätigt wird. Ryanair zum Beispiel hat das deutlich besser überlebt und überstanden, wie man sieht. Ja, die haben sogar ein neues Allzeithoch die letzten Jahre eben hier reingehauen. Genauso natürlich Airbus kann man natürlich mal anschauen. Die waren natürlich von Corona extrem abverkauf. Nun auch schon wieder neues Hoch sogar erreicht. Also auch hier ganz spannend, die Entwicklung einfach mal sich ein bisschen so eben anzuschauen. Auch natürlich, ja, Hotels, sowas wie die Hilton, ist natürlich interessant, wie die das Corona erlebt haben. Natürlich komplett zusammengebrochen. Mittlerweile war längst auf dem Allzeithoch schon wieder. Könnte man natürlich die anderen jetzt auch nur durchschauen. Finde ich super, super spannend. Also ich kann es jedem nur empfehlen, da einfach mal in Ruhe wirklich das durchzugucken, weil ich es so spannend eben finde, was hier so die Corona-Werte, zum Beispiel auch damals die ganzen Impfstoffhersteller eben, die sind ja durch die Decke gegangen eben. Manche haben sich wieder gut gefangen und sind wieder auf einem anständigen Niveau. Manche sind aber wirklich auch danach komplett zusammengebrochen, weil sie eben nichts anderes hatten eben wie diesen Impfstoff. Und naja, das sieht man eben, das spiegelt sich eben da wieder, ja, ganz gut. Und wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen, schaut euch das einfach mal ein bisschen an. Ist echt super spannend und vielleicht findet man sogar eine interessante Geschichte, die man aktuell gerade handeln könnte. Ich wollte jetzt einfach mal das Thema ein bisschen aufgreifen, weil ich es einfach wirklich spannend gefunden habe, wie ich die Seite gefunden habe und wie ich eben danach geschaut habe. Auch natürlich damals BP oder Exxon oder wie sie ja immer alle heißen, die sind ja damals abgestraft worden, weil der Ölverbrauch ja extrem zurückgegangen ist und ist kein Witz. Ich habe da unten, glaube ich, irgendwo Exxon gekauft, wenn ich mich nicht ganz täusche, oder sogar da vorne schon, kann eher sein, weil es dann, glaube ich, nur mal nach unten ging. Und die Aktie hat sich natürlich mega gut mittlerweile erholt. War abzusehen, denn warum sollte nach Corona die Welt kein Öl mehr brauchen? Und wir haben einen riesen Ölkonsum, der immer weiter steigt. Und also Exxon und Mobil, ja, eigentlich ein No-Brainer, wenn man so will. Sehr, sehr spannendes Thema. Und jetzt möchte ich aber noch auf ein anderes Thema kommen, denn damals war in aller Munde Fahrräder. Ja, Fahrräder, Fahrräder, Fahrräder. Man hat gesagt, Mensch, durch Corona, die Leute machen wieder mehr in der Natur, sie können nirgends anders hin. Und die Leute kaufen sich Fahrräder, wollen wieder Fahrrad fahren. Und die Branche hat geboomt. Und jetzt kommt auch hier das bittere Erwachen in der Branche eben. Da wurden riesen Überkapazitäten geschaffen. Man hat gedacht, das geht wahrscheinlich ewig so weiter und Corona hört überhaupt nicht mehr auf. Die Händler haben riesen Warenbestände eingelagert, haben riesen, ja, die Margen extrem erhöht. Also haben mehr verlangen können, weil einfach die Nachfrage so groß war, haben natürlich dementsprechend Leute eingestellt. Und das fällt jetzt der Branche auf den Füßen, wenn man so will. Ich verstehe ja ganz, warum, dass man da nicht davon ausgegangen ist, dass sich das eines Tages wieder erholt. Dass man ist da wirklich scheinbar davon ausgegangen, das geht ewig so weiter. Und ja, und dafür bekommt jetzt die Branche die Rechnung. Ich habe hier ein Beispiel, das ist so ein Online-Händler. Das ist Bike24. Ganz interessant nämlich. Und da sieht man eben den krassen Abfall. Wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen länger zurück und schauen uns einfach die Aktie mal an. Und da sieht man auch den Corona-Hype, sage ich jetzt einmal. Und die Aktie ist mittlerweile komplett kollabiert. Dabei sind die Zahlen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also man muss, also die Rabatte übrigens, wer gerade Fahrräder kaufen will, der hat jetzt eine gute Chance, zum Teil um 30 Prozent reduziert. Und es gibt aber noch keinen krassen Abverkauf, sondern die räumen zum Beispiel das Lager verhältnismäßig ruhig, sage ich jetzt einmal. Da wird gerade eben ausgemistet, da wird abverkauft. Und ja, die Aktie kann man sich trotzdem mal anschauen. Das ist eine ganz interessante Story eigentlich dahinter. Aber die sind natürlich auch große Verlierer dieser Branche. Jetzt können wir uns mal die Arbeit machen und einfach mal die Bilanzen ein bisschen näher anschauen, beziehungsweise die Kennzahlen. Und schauen wir doch einfach mal rein, was denn da aktuell so bei der Aktie los ist. Und da bekommen wir, kann jeden nur empfehlen, Traderfox, ganz tolle Plattform für sowas. Und da kann man einfach mal schauen, was aus so einem ehemaligen Corona-Gewinner eben wird. Und da bekommt man eben dann so eine Risikoanalyse, was da an Gewinn oder eben auch Verlusten in dem Fall eben entstehen. Und das ist natürlich ganz spannend. Auch KGV und so wird da abgetragen. Kann ich jedem nur empfehlen, da einfach mal ein bisschen näher ins Detail zu schauen. Und Umsatz steigt weiter. Das ist ganz interessant. Auch nach Corona. Das Problem ist aber wirklich der Gewinn. Also da ist praktisch kein Gewinn mehr vorhanden, sondern Riesenverluste werden da mittlerweile geschäffelt. Und dementsprechend hat die Aktie auch bloß mehr einen Score oder ein Ranking von 2 von 9. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Hier wird es natürlich interessant, die Aktie vielleicht im Morgen oder übermorgen, aber wie die Aktie eben die Krise eben meistert, ob rechtzeitig Strukturen hier verändert werden und ob man eben Geld sparen kann und somit eben wieder einen Gewinn reinbringt oder überhaupt mal wieder in die Gewinnschwelle kommt. Und das wird interessant. Und ich denke, die Aktie kann man mal ein bisschen weiter verfolgen. Ich würde da jetzt keine Position aufmachen. Aber die kann man einfach mal im Auge behalten, ob sich da in den nächsten Jahren ein bisschen was tut. Vielleicht einfach mal auf die Watchlist legen. Das ist einfach so mal ein Überblick, den ich einfach mal machen wollte, was so aus Corona gewinnen und verlieren eben der letzten Jahre geworden ist. Ich denke, ganz spannend. Wie gesagt, da kann man sich vielleicht mal die ein oder andere Aktie mit der interessanten Story jetzt rauspicken, gerade wenn sie abgestraft worden ist. Einfach mal reinschauen. Ich werde unten verlinken, wo die Seite ist. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.